Riffs 3, die Ratten von Manetten, wo sie aufkreuzen, geht der Tod mit der mächtigen Kostar-Geduld. Riffs 3, die Ratten von Manetten, wo sie uns fertig machen, will ich noch einmal Spaß haben. Wenn du wie die Bilder fädelst, wirst du nicht mehr auf den höheren Kumpelk. Ist das eine Scheiße? Geh und an ihm ausgehen und verbrechen. Oh nein! Die gnadenlose Vernichtung ist angesagt. Kommt raus, die Knarrer, geh nach mich, auf die Börner, verbleibt ihr verdammten Schweine. Ich prophezeie es euch, wie er dir ist, werden sie niemals drunter gehen. Du hast dich den Befehl widersetzt, jetzt bist du fertig. Jesus, ich halte dich das, was ist hier! Wenn die Riffs die, die haben für einen Moment. Wir bleiben jetzt die Aufmerksamkeit. Noch ein Speicher.